Musik Wir haben hier auf 1000 Quadratmeter über 3000 Schachsets aus 130 verschiedenen Ländern. Musik Hier befinden wir uns in dem Bildungsraum, deswegen ist es auch ein interaktives Museum. Wir setzen Höhepunkt auf die Bildung. Bei uns kann jeder Schachspielen lernen, der möchte. Kinderanfänger oder wir haben auch einen Seniorenclub. Musik Wir befinden uns im Frieda-Café, in unserem interaktiven Schachcafé. Hier kann man Schach spielen, ungestört. Deswegen haben wir Self-Service. Wir sind aber für alle offen, von Dienstag bis Sonntag von 9 bis 20 Uhr. Und es sind alle herzlich eingeladen, auch die, die nicht Schach spielen können oder möchten. Musik 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 Musik